die Leute etwas hier ab heute wieder mal ein neues Video aber leider es tut mir leid eine Entschuldigung ich hab schon riesig oft Parts gemacht alle Grunde gekürzt warum, na, tu mal ein Bonusspielen Waffenspiel weil heute nur ein kurzes Video, weil überhaupt nicht habe Angst, dass jetzt überhaupt kein Video kommt und ich muss ein Video machen ich schör für euch Leute sonst kommt immer längere das ist eine Ausnahme und wir spielen noch wir alle wollen geheim ich hab dabei Transit Leute genommen, ich hoffe das stört euch nicht Rissi Streit bin ich in Level 21 meine Klassen sehen so aus die Dingo ist einzeln weil die ist richtig stark muss man sagen ja und ja auf Aquarium das ist eine gute Rasier-Map hoffen wir mal Schadung das ist lustiger und sorry wegen der PS ihr kennt das doch mein PS fuck nicht ab und zu ab aber dafür extrem lang Spielversicherung ich kann so lang spielen und trotzdem haltet die alles aus und das ist so geil an der und ich weiß ich bin nicht in einer Party andere können mich hören ist mir aber auch egal ich hasse es wenn ich auszucke aber ich habe ein paar neue maps ich habe ein paar neue maps zum Beispiel giant oder noch runter geladen Aber ich hatte diese Leute dann, weil ich diese Kombo-Waffe hatte. Komm zu, starker Rückstoß. Mein Gott, was ist das? Hey, Schade. Ich weiß, dass ich... Oh. Quick Feet. Äh, all? Soll das jetzt ein Spaß sein? Endlicher! Kommt her. Die KR, ähm... Was meine? Oh fuck! Von hinten, wo ich einmal gehattet und dann hat er mich von vorne. Tja, nicht mehr so schön. Bro. Von hinten. Das ist mich eigentlich verarschen, ne? Oh. Um. G. What was that? Äh. Wo ist meine Präsidation? Wo ist meine Präsidation? Ich habe eine Tarnung drauf und das ist die Präsidation. Ich werde ein paar von euch kennen die... Oh mein Gott, wie süß denn ich gleich mit der ersten Hit tut, dass er so ein geiler Kill... Ich möchte ja auch nicht so irgendeinen Kill, ich möchte einen nicen Kill. Oh. Okay, der war kacke. Aber ich habe einfach so aufs Reflex drauf gedrückt. Und noch aus... Die hinten Lötsch. Wow. Kommt nach, aber lade es noch. Sehr gescheit. Okay, die VMP. Abgeschossen. Die Faro, auf der habe ich auch einen nicen Ding, ähm, Tarnung. Ne. Tarnung. Nice. Nice. War ich so weg? Yes. HVK 30. Nicht mal ein Hit. Was ist das? Ich schwöre, ich hasse diese Waffe. Die HVK 30 damals. Oh, Schöne Fall ist drauf. Wollte ich mich verarschen? Wieso... Nein. Was ist das? Was ist denn das? Nö? Danke. Denkst du das gleiche wie ich, oder was? Nö, nö, nö. Was gibt's? Nein. Mein Gott! Ein Hit hätte mir gefehlt. Fünf... Sieben... Äh... Was? Sechs Kills Unterschied. Und... Fuck, ich hab schon die Raketen. Entschuldigung. Der hinter mir war das. Ich denk schon. Haha. Oh fuck, ich hasse die. Oh. Nice. Scheiße. Genau mit der eins davor Waffe. Uh, ist zu stark, aber... sehr langsam. Ruffin ausgeschaltet. Okay, jetzt Quickscope-Künste. Ah fuck. Oh, bro, ich wollte no-scopen. Aber ich spiel ja auch aufs Nex. Das ist jetzt neu für mich. Okay. Ist er eingeratzt? Ja. Mein Gott, komm schon! P-06. Ich denk das hatte ich. Ne, Gordon. Okay, gegen Gordon. Hätt ich's eigentlich noch schaffen können. Ich bin nur gehittet! Und der... Hattige Hardscoped. Gott, der Hardscoped. Bitte, bitte, bitte. Bitte nicht, bitte nicht. Oh, Scheiße! Fuck! Weg von mir! Bruh, was soll das bitte nicht da? Mhhh. Da denk ich mir, okay, ganz nett, der hat mich befreit. Auf einmal, what? What? What the fuck? Ich wollte... Ich müsste nur schießen, ne. Jawohl. Nicht schlecht. Jawohl. Nicht schlecht. Jawohl. Für den vorvorletzten Platz. Na ja. Fuck, die schiert. Ne. Aude. So, okay, Leute. Ich weiß, das war eher eine kürzere Runde als sonst. Es tut mir auch leid, aber ihr wisst ja, hoffentlich kommt das Video ein volles Länge raus. Und ich weiß schon, es hört sich so kacke an. Mit der PS, die so wuuuuh, macht. Aber, ja, wie dem auch so. Mhhh. Wer sollte so oft bekommen, wie du wirst? Aber Waffenspiel, ja, da war ich jetzt diesmal nicht so nass. Oh! Nice, Leute, jetzt geht's hier, jetzt geht's. Da machen wir das nicht. Der Perspektivisten, die bitte zu mir verraten, wo ich bin. So sehen, was es ist wie vor. Sie hatten Monster-Budden-Rive. Monster-Budden-Rive. Ganz im Herrn sind nett. Nett. Monst-A-Budden-Ich habe August gesehen. Nee, aber nee, das ist eine Zeit. Ich möchte eine Waffe. Bitte. Bitte. Aber es ist keine ist sie nichts. das wie er keine Ahnung vierte Mitglieder nur Mistleute hätte ich Köln das muss ich doch glücklich mal letzte Halbjord das ist gut gekommen hat es und jetzt muss gut sein Fingerkreuzen naja ich hab immer nur beste Wahrheit für dich das weißt du Halt Maul das stimmt nicht okay ähm ich spare mir die leider um mehr davon zu haben mach das dreifache davon und dann könnte ich eine nächste machen ich hab einen Tag heute nur noch das heißt ich muss mich reinhauen und alles das alles noch schaffen wenn ich das fertig hab mach ich noch ein Video dann sehen wir uns bald hier aber dafür muss ich auch 5 20 Punkte sehen ab Bach und werden wir inzwischen nicht je nachzig Jahren zu gehen nicht ähm ja ich hoffe ich habe das Video gefallen diese Missgeburt hat es gefallen dass ich einfach nichts bekommen er sucht ich habe beste Ware für dich verstehe ich nicht ich bin ich bin ich bin ich bin ich bin jetzt immer mehr ähm nicht spiel ich bin 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 der Spieler weil von dem habe ich immer die besten Wochen ich bin 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 so die Locus auf der ich keine Tarnung aber ansteckend Dingo nein Jo ich habe nichts Leute falls ihr euch fragt wie so eine KN wirklich bei mir da ist ich möchte sie einfach nur aufleveln aber ich denke ich gibt sie gegen die Hangmaker weg das war die Leute die alle oh verstoßen hat sich gelohnt naja ist aber noch Level 1 dafür kann ich ein paar Sachen jetzt in suchen so gebe ich da und und das da öffne ich auch ja 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 das muss weg unbedingt Taktikmaske nee 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 für Schlotflinten ist sehr gut hm und das war's eigentlich so Leute ich hoffe euch hat das Video für heute gefallen wenn dann lasst es eine positive Bewertung da und dann sehen wir uns hoffentlich morgen ich weiß heute ist Montag aber auch egal ciao das Video das Video das Video das Video